Die Ausfälle sind schon bitter, weil das sind auch sehr wichtige Spieler von uns, aber wir haben auch sehr viele Spieler, die auch die ersetzen können. Das macht uns als Mannschaft aus. Alles tut mir sehr gut, wenn man eine längere Zeit gar nicht gespielt hat oder nur ein paar Minuten kommen hat, da gibt es auch einen sehr viel Selbstvertrauen. Ich bin glücklich und froh, dass ich auch spielen durfte und hoffe, dass ich auch weiter gespielt habe. Also die letzten zwei Kommate waren halt, ich sag mal, schwierig, ja, das muss man jetzt nicht ausweghalten. Aber ich finde, das habe ich auch sehr gut ausgenutzt, in dem Sinne von Thomas, zum Beispiel, sehr viel gelernt oder in der Profimannschaft überhaupt dabei zu sein. Ich bin noch 19, ich bin noch sehr jung, ich kann noch sehr viel lernen. Und das habe ich jetzt nicht als ein schlechtes Tag gesehen, sondern einfach hingenommen und einfach gesagt, okay, ich gebe jeden Tag das Beste und werde immer besser. Also Nada grip aufhangen. Also Applaus